Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Heil wir den Siegekreis, Herrscher des Vaterlands, ein Kreiserdienst!